Moje moje, Mensch mit Gautz. Heute spielen wir Force. Das heißt, ich und meine Frau. Und los geht's. Ich hab dich spannend. Ach du Gott. Das ist unsere erste Runde, gerade erst das Tutorial gemacht. Ja, der Typ da unten interessiert mich gerade nicht. Oh Gott, ich bin rechts. Also, auf der rechten Seite. Kann ich auch nicht schießen, dann muss ich ja nach links schießen. Ja, so ist das. Oh Gott, oh nein. Gott. Ja. Wir machen hier was? Äh. Äh, da, 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 da. Ah, nee, warte mal. Hey, was ist denn der Unterschied? Ach so, das ist einmal dick und einmal ein dünnes Brett. Hm. Ach wegen der Sch... Nee, ist ja gleich schwer. Na, wo ist denn hier die Strebe? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Boah. Nein. Oh weh. Oh weh. Klappt das gar nicht so, wie ich das will. Ja ich hab ja auch von unten nach oben gebaut, ich sollte lieber von unten nach oben bauen. So... So... Achso, ich hab schon einen drinnen. Okay, was gibt's denn hier noch? Boah, ich hab hier planen bisher. Was ist denn hier was, Metalllager da? Da schießt du hier schon? Oh, das kriegst du zurück. Verdammt. Was ist denn da oben? Oh, du hast ja schon deine Seite verstärkt. Oh nein! Achso, meine ist ja auch automatisch schon. Alter, was geht bei dir? Hä? Wieso sind meine Dings jetzt weg? Wieso sind meine Dings jetzt weg? Ist der frech. War nur ein bisschen ärger. Ja, ich merk das schon. So. Wie war das mit Ergon? Wie war das mit Ergon? Ja. Wie war das mit Ergon? Wie war das mit Ergon? Wie war das mit Ergon? Was ist denn hier? Hey, 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 hey! Jetzt zieht richtig was auf den Sack da drüben. Zumindest damit erst... Ist gut, ist gut, ist gut, jetzt ist gut, ist gut! Nein! Nicht meine Wendmühle! Oh, jetzt hat sie meine Wendmühle kaputt. Verdammt, jetzt verstärkt sie die Seite. Jetzt hat sie meine Wendmühle kaputt. Da muss ich ja... Nein, das Ding fällt runter! Ich hab noch nichts zu Ende gebaut. Boah, ist das schwer. Erstmal klarkommen, ja. Jaaaa! Achso, irgendwas zu reparieren? Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Haben wir hier noch? Oh Gott, ich hätte ganz anders bauen sollen. Das ist gar nicht wie ich hier jetzt irgendwas... Was haben wir? Eine Werkstatt? Ist ja schön, dass wir das Tutorial gemacht haben, aber ich wüsste ja gar nicht, was das an war, oder? Ja. Das ist halt schwierig mit der ersten Runde. Oh Mann! Äh! Oh Mann! Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ich würde kein bisschen wissen, wie ich hier Sachen verstärke. Ja, wenn du andrückst mit rechter Maustaste oder nicht? Und wenn ich hier bei mir noch weitere Sachen dranbaue, dann kracht man ja nachher noch zusammen oder sowas? Zu schwer! Ja. Ja, darum. Hier sind schon ein paar Balken in Farbtechnologien, die ich nicht gerade gut heiße. Scheiße, ich habe dasselbe Problem. Oh kacke. Kacke, ich brauche noch mehr Ressourcen, ey. Ey, jetzt hör auf hier, mich zu bollern. Oh Gott, da ist voll der Stellungskrieg hier. Okay, da kann was. Also, Kacke. Einfach nur auf dem anderen Stress machen. Jaaaa. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich hier nicht weiter basteln, alles? Ich brauche ein bisschen vorne noch ewig, oder? Dann kriegt er so ein Tonnen Benudel dran. Hab ich das schon? Nö. Kann ich Sachen hier eigentlich irgendwie aufwerten oder sowas? Wie meinst du denn aufwerten? Wiss ich nicht. Dass die besser sind? Ja, du kannst die Balken höchstens, also wenn du Holzbalken gebaut hast, die kannst du höchstens nochmal aufwerten, wenn du das meinst, oder? Ja? Wie denn? Äh, musst du mit, hat er doch gesagt, mal zwei, äh, entweder mit beiden Modes, äh, rechts und links Maus, äh, klick, oder einmal zweimal rechts, glaube, auf einen Balken. Weil wenn du auf den Balken drückst, hast du auch die kleine Hand und dann nochmal draufdrücken mit der Rest und dann kannst du... ...Panzerung, gepanzerte Tür, Schild reparieren oder, ja, kaputt machen. Hm. Ja, ich hab da oben irgendwo ne Stelle schräg erwischt und seitdem ist alles schräg. Das muss so sein. Muss so sein. Ja, hab dich nicht so. Hm. Ich hab mich nicht so... ...und eingebautes. Hups. Ich hab mich selbst getroffen. Hä? Wie geht denn das? Ach, Mist. Wie geht denn sowas? Ey, Moffia, ich bin am Bauen, stör mich nicht. Oh, Puh. Götzeinngang ist sie vorbei, ihr Sau ist... Hallo? Eyema, ey! Das ist unmöglich, unmöglich. Ich schieß einfach alles, was ich kann gerade. Oh, ich weiß immer noch nicht so alles, wo was ist. Hä? Hatte ich nicht hier vorhin... Ruf jetzt, ja! Hey, du schießt ihn auf, mein Tor! Mann, komm, bau schneller! Oh, so rein, ey. Scheiße, vorbei. Lass mal den Punkt finden, wo ich hier hinschießen muss. Hä, wieso treffe ich mit dem nicht? Oh, Gott sei Dank! Nein, jetzt hast du meine Rakete abgeschossen. Oh Gott, ich bin im perfekten Winkel hier zu finden. Nein, 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 bitte... Nicht... Das war bloß eine EMP. Ja, bloß! Das sitzt ja hier auch... Kann auch kaputt machen. Ja, das hat mein... Mein Reaktor ein bisschen irgendwie... Mist. Kommt einfach nicht an da. Ach Mensch... Jetzt bau doch mal ein bisschen schneller hier, Jungs. Alter, was hast... Boah, was geht denn bei dir nicht richtig? Alter, das hakt ja wohl! Ja, ich hab gedacht, ich probier mal. Aber ich kann nichts mehr reinbauen. Ich bin so voll gepackt. Mein Ding ist überall rot. Das ist völlig kacke. Alter, Schwede, du hast... Mann, ich komm ja auch nicht hinterher hier und... Ey, das ist... Ey, das ist gar nicht... Oh... Scheiße, ich brauch mehr Turbinen, das. Kann ich die nicht irgendwie aufwerfen? Nein! Nein! Och, Mann! Du machst mir hier alles kaputt! Shit, ich hab keinen Platz mehr. Ich hätte das viel effizienter bauen sollen. Und hier drinnen noch was bringen? Keine Ahnung. Ach, Shit. Ein bisschen zu niedrig, wa? Sie sehen, die repariert ja auch noch. Ich häng schon frech. Ja, muss ich ja! Machst mich hier voll fertig, ey. Ich weiß gar nicht was das Ding macht Ach Mensch ich komm hier auch nicht zum Bauern weil er mich hier schrecklich schmierst Mensch wieso jeder die nicht tot hier ist sehr schrecklich Das kann doch nicht sein Dafür brauch ich ne Werkstatt hab ich die nicht schon Die kostet mehr Energie oder was? Ich brauch einfach noch mehr Energie Komm ich brauch Energie Und ich brauch Platz irgendwo muss das Ding noch hin Schitte kein Platz Gehen Platz Was macht das Gerät hier eigentlich? Ich weiß das nicht Keine Ahnung einfach bauen Ey es kann doch nicht sein Gehen hier gleich die Feuerlöscher aus Nicht hier noch Verdammt ey nicht hier noch Energie und alles Scheiße du schießt meine Raketen ab Scheiße es brennt ja bei mir Oh man ey Oh der Schnauze verlierst kann doch nicht sein Sind hier die Schuhe wieder kaputt Kann ich die Balken nicht noch irgendwie verstärken? Ist doch jetzt mal gut Ich krieg dich aber auch nicht kaputt ey Ist ja schrecklich Ach Repariert einfach immer alles Ja Ja ich mach grade du Schnauze Ja ist nur repariert Ich hab meine eigene abgeschossen Ich dussel Gut so Wir haben auf jeden Fall ein Energieproblem Das ist schon mal doof Wie krieg ich denn das gesteigert? Windmühlen und Batterien bauen? Ja warum sollte ich nicht jetzt noch eine Windmühle hinkriegen? Die kannst du auch drinnen bauen Das bringt alles nix mehr Die ist irgendwie unnötig Was haben wir hier noch? EMP 20 Ausweichen Was macht das Ding denn? Ich kann hier nicht weiter bauen oder was? Hä? Wo klatsche ich denn das Ding hin? Ich hab kein Platz Wieso passt denn das hier nicht drauf? Oder wo muss das hin? Hm Nein Nein Hm Hm Ey wieso kann ich denn das jetzt nicht bauen? Achso Mir fehlt die Energie Lä Bern Zeig Wieso kann ich das nicht tun? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Wieso ist das nicht Wieso ist das denn? äh okay das bringt aber gar nix mehr, das kann ich eigentlich weg hm ist irgendwie ne Anti-Laser-Kacke dran ja, du gingst mir leicht auf den Sack musste ich was gegenmachen hm, das war nicht so gut ähm, was haben wir hier noch für Auswahl, das nehme ich noch mit hm ach so, oh okay, okay wieso funktioniert das jetzt nicht ach, die brauchen auch ach, du Schei- ach, der baute einfach noch 10 Minuten wieviel ach, du Schei- okay, 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 okay hab ich jetzt das, hab ich nicht bedacht schluss, ein kleines Stück verpasst ich brauch ja Monate zum Nachfahren wo sei denn Coinen oh neinh, oh nein, 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 nein ey, ey, äh, eh, ey, 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 was hörst du muss doch irgendwie hier reinkommen Alter, bei dir hakt es ja wohl Boah, der verdammt mich doch jetzt hier echt Ja, wir müssen das hier mal abkürzen langsam Wir müssen mal ein bisschen mehr Kaputt kriegen Oh, ey, ich komm nicht mal dazu Shit, einfach bin ich so niedrig Ich schieße einfach nur so schlecht Ach, Mann, ey Ich komm nicht mal dazu, dich irgendwie zu beballen Ja, das ist ja das Gute Ich bin so schlecht eigentlich, war Was bin ich denn? Was brauchen Sie? Das braucht 3000 Alters Hallo Ey Das kann doch nicht wahr sein Alter, du hast mein Schutzschild kaputt gemacht Ich hab einfach nur mal keine Energie Das macht mich fertig Ja, da musst du mal ein paar Windmühlen bebauen Das kann doch nicht wahr sein become Oh Das kann doch Eyeschleerk Das kann doch nicht so gut werden Ja, da muss ich jetzt schlag Dascmat Display Ich ful Das kann doch anche左右 Das kann doch so interesting Das kann doch mom バfleisch Ich hoffe, es kann doch�ently Nein 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 nein! Alter wie viel Energie man für die Waffen alle braucht. Kann man die Winddinger nicht irgendwie aufwärben? Nee, man muss ja mehrere bauen. Du kannst rechts klicken und fein nach oben drücken. Ach Tatsache! Aber kann man die auch umsetzen? Ja, abreißen wahrscheinlich. Ach cool, dann haben sie sogar drei Propeller. Ah gut, dann wird ein Schuh draus mit ein bisschen Ballern hier. Komm, ich brauch Punkte. Kann ich denn gar keins drauf... Oh Mann jetzt! Kann er wohl nicht wahr sein. Oh, hier unten hat er auch alles kaputt gemacht. Quatsch! So nix kaputt gemacht. Na, Quatsch. Hier wird nix kaputt gemacht. Und die Wand fällt ab. Jetzt stirb doch endlich! Kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, du hast mich... Oh Kacke! Ah Scheiße! Drüber geballert. Nein, ich mach ihn nicht! Doch! Du wehrst dich ja die ganze Zeit hier mit Verteidigung und so. Das ist doch ätzend. Wie soll ich denn dich... Wo verteidige ich mich? Ich bin ja nur am Scheiß reparieren. Ich komm hier noch nicht mal nach... Ohhhh... Das eine repariert, dann ist das nächste schon wieder kaputt. Scheiße, ich hab immer noch drüber geschossen. 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 Ist das schrecklich hier mit dir. Ja, zumindest wirkt langsam ein bisschen schade. Ein bisschen? Ach Quatsch, mit dem muss ich ja tiefer zielen. Ah Scheiße. Ah nein, ich hab das Falsche gebaut. Ah... Ah, du machst mich fertig. Nein! Nein! Doch! Doch! Jetzt stirb doch einfach mal da drüben. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wieso willst du ewig leben? Nee. Mein Reaktor ist fast hier lieber. Ich komm nicht mal zum Schießen. Ich weiß noch nicht, warum ich worf jemals. Ich hab jetzt hier was abgeschossen. Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, ich schaffe es nicht mal hier... Oh, das zu bauen, weil ich nur noch alles hier versch... Oh, herrlich. Ja, ey, das ist nicht schade. Oh, der hat abgeräumt. Ja, ich schaffe es nicht hier. Du machst hier zu viel kaputt. Ich bin nur am Reparieren. Ähm, musst du mal angreifen. Jetzt hast du noch meine Windmühlen zerdeppert. Ach. Wie denn? Jetzt hab ich nicht mal ne Waffe. Kann ja nicht mal jeder bauen hier. Ja, überall hast du Schutz dran gebaut. Das ist dann nervig. Ach, Quatsch. Oh, ich bin aber auch schlecht. Ich hab mich grad selber getroffen. Gott sei Dank. Wenigstens was. Nein! Nein! Das war... Oh, endlich, ey. Ich dachte, das endet nie mit hier. Ich hab da vorne alles aufgeschrieben. Fast ne halben Stunde bekriegt. Voll anfängermäßig. Voll nicht schlecht noch. Oh, so ne Kacke. Oh, du hast doch 100% gehabt. Das gibt gar nichts. Ja, du hast mich nicht. Aber mein Ding war unten die ganze Zeit so zwei, drei Pfosten rot. Und du hättest vorne einfach bei mir reinschießen können. Dann wären endliche Bauwerke kaputt gegangen. Ja, Mann. Ich kam ja nicht dazu. Ich war ja nur mal barrieren. Wißt du jetzt, was ich da hinten drin habe? Ne, ich kann nicht gucken. Ah, okay. Dass mir das offen angezeigt wird. Ne, Standbild und Niederlage. Gut, war aber lustig. Da können wir ja gleich noch ne Runde nachschieben. So, mit dem seht ihr aber trotzdem erstmal. Für das Video wär's das gewesen. Also, wir üben ein bisschen. Damit es das nächste Mal nicht ganz so peinlich ist. Ciao, ciao. Juhu. Ciao, ciao.